Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir über einen Pakt-Händler bekommen. Und zwar sind wir hier in der Ventir Paktzentrale Sündensturz. Die befindet sich einmal hier in Reventrest und dann müssen wir da unten rein und dann kommen wir hier in die Paktzentrale. Wir sind auf den Koordinaten 53, 24 und wie gesagt, ihr müsst euren Covenant als Ventir ausgewählt haben, sonst könnt ihr das leider nicht kaufen und kommt hier auch in die Paktzentrale nicht hinein. Dort bei dem Händler gibt es dann einen Toy, einen Ventir Sündenstein, schimpft sich der. Der ist so ähnlich wie der Necrolord Ruhestein, den ich euch ja schon gezeigt hatte. Und ja, es gibt hier bei jedem Pakt einen extra Ruhesteinskin. Dieser portet euch nicht in die Paktzentrale, so wie ich das Ganze betitle, sondern er hat einfach einen zusätzlichen Skin. Ich habe jetzt mittlerweile geschafft, hier meinen Twink auch auf die Ruhmstufe 11 hochzuballern. Dann könnt ihr euch den nämlich kaufen für 750 Anima. Ich würde sagen, wir holen uns den. Bei ihm gibt es natürlich wie bei den anderen Rüstmeistern von den Pakten verschiedene Mounts. Es gibt Pets und dann ewig viel Transmoggedöns. Das wollen wir uns jetzt aber hier nicht im Detail angucken, sondern wir wollen uns jetzt mal anschauen, was das Toy so kann. Ich würde sagen, wir lernen das einmal. Und dann gucken wir mal. Da haben wir das Ventir Sündenstein. Und das schauen wir jetzt mal. Sündenstein. Das ist einfach ein Ruhestein, den wir benutzen können mit einer neuen Animation. Jetzt schauen wir mal, wie die aussieht. Uh, das ist cool. Hier um uns rum fliegt so ein Grabstein. Wir sind natürlich in Ventir rot gehüllt. Und ich muss sagen, der ist ein Stück cooler als den, den ich das letzte Mal von den Necrolords ausprobiert habe. Wir können jetzt mal Ruhestein, so, ich habe mich vertippt, eingeben. Dann sehen wir die ganzen anderen Toys, die auch schon als Ruhestein gemarkt sind. Das letzte Mal hatte ich ja euch den von den Necrolords gezeigt. Kann ich den auch? Ah ne, seht ihr, er setzt den Cast an. Aber ihr braucht tatsächlich den jeweiligen Covenant, um den Stein nutzen zu können. Die anderen von den Festhagen, da hatte ich ja euch schon Videos gezeigt zu. Ja, das ist eigentlich soweit, was ihr braucht. Wie gesagt, ihr müsst Ventir auswählen, müsst eure Ruhmstufe dann auf die Stufe 11 erhöhen. Das macht ihr, indem ihr hier zwei Quests annehmt. Ihr könnt einmal Seelen aus dem Stund retten und ihr könnt einmal 1000 Anima pro Woche sammeln, um eine Ruhmstufe zu kriegen. Zusätzlich gibt es noch die Paktkampagne, die könnt ihr spielen. Da kriegt ihr dann auch immer eine Ruhmstufe. Und was ihr dann auch noch machen könnt, wenn ihr ein bisschen hinterher hängt, bekommt ihr über die ganz normalen Abgesandtenquests dann dementsprechend, oder Berufungen heißen sie ja mittlerweile, bekommt ihr auch dann eine Ruhmstufe. Gut, das war es dann soweit mit dem kleinen Toyguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es weitergeholfen. Ich werde mir jetzt dann noch die anderen beiden angucken, die von den Kyrianern, beziehungsweise von den Knightfee. Die fehlen ja noch. Und dann haben wir alle Ruhesteine Paletti. Da muss ich aber meine Chars tatsächlich noch ein bisschen hochspielen zu. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.